Herzlich Willkommen zu einem frechnellen Video hier vom Kanal Felix Gamer und heute spiele ich mal wieder Bad Wars. Ich war gerade, äh, bin gerade eingeschlafen. Nein, musste kurz eine andere Aufnahme von, ähm, einer Woche oder so zu beenden. Äh, weil das, ich hatte, musste, hab jetzt nochmal ein neues Video gemacht. Ehrlich, in Urlaub gehe bald. Damit, ja. Ah, ähm, ach hier, es sind zwei Diamanten, äh, Inseln hier. Jetzt gehen wir mal zur ersten. Die anderen sind, die gelben, sind auch schon bei der ersten. Boah, ich dachte gerade ehrlich, ich hätte Shift nicht mehr gedrückt, weil da auf einmal dieses Tab kam. So, die hier sollen. Und rüber da. Das auch eine Diamanteninsel? Aber es kann sein, dass uns jemand abfängt. Oh, Gelb wird gerade gefeitet. Gelb wird schon weg. Von Kalorien. Riron. Ich kill den jetzt. Easy. Der kauft sich gerade. Okay, da kommt Grün. Dann. Doch lieber nicht. Rückzug. Ah, die folgen mir nicht. Aber Gelb wird, äh, Team ist jetzt weg. Ich brauch... Ich muss einfach ganz schnell Schadenskaufen. Für mein Team. Beratern. Boah, der kommt der nächste. Der Stress will. Egal, wie es bornen. Okay. Ah, der baut den Weg zu. Da würde ich auch für ihn hoffen. Oh, bitte ein Gold, Mann. Ich will ein Gold. Höh. Die kommt doch wieder. Runter mit ihm. Er will Freunde. Aber ich team nicht. Das ist gegen die Regeln. Okay, ich bin quit. Der hatte einen Eisenschwert. Das hat der jetzt verloren. Geil. Der hatte so gut noch zwei Dias. Egal. Jetzt, äh... Hätte ich gar nicht gebraucht. So. Egal. Jetzt mach ich... Jetzt mach ich... Ulti... Ulti... Mativ... Triple... Äh... Bau... Konstruktion... Des... Himmels. Ich machte auf Blöcke. Die vom Himmel regnen. Hab ich eigentlich schon... Gesagt, was ich überhaupt spiele. Ich glaub nämlich... Nicht. Ich spiel Minecraft... Bedrohls. Stark. Die Blauen, die machen wollen jetzt Stress. Mit 40 Gold. Ne. Äh, 40 Eis, man nicht. Gold wäre ein bisschen übertrieben. Obwohl ich mal zwei Stacks Gold. Und... Und... Sieben Stacks Eisen... Oder sechs Stacks Eisen... In der Folge hatte. Einfach hier rauf. Easy. Wie ist gut denn... Ist ihr Bett eigentlich geschützt? Warte hoch. Hm. Warte. Ah, schade. Aber Trap Trigger bei uns. Wer ist da? Grüner. Der hat nur ein Steinschwert. Ja, Junge. Hau auch ab mit deinem Autoklicker. Puh. Puh. Der wartet da. Puh. Mein Team mit Ehrenmann, der kam, hat den anderen runtergeschubst. Aber hat mir leider nicht geholfen. Obwohl hat mir schon geholfen, aber... Jetzt nicht, dass ich überleben konnte. Da kommt wieder ein blauer. Habe ich direkt gesehen. Habe ich direkt gesehen. Habe ich hier was abgebaut, ja. Sturz auf Lost und an. da. Der hat ein TNT. Ah, der ist untergefallen. der zu guten Stoff Eisenschwert ist dann bald wieder da und gucken wir mal okay der kommt wieder ich tue es euch nicht da der auch nicht der tut auch so aber der ist da das weiß jeder ich gehe hier hoch der rechnet damit nicht damit hier jemand wie ich bin auch ich war so schlecht gerade was ist der noch hier oder baut er der ist noch da hier ist nur keiner bei mir das sollte mal dringend einer kommen hallo jetzt greifen die alle an jetzt kommt schon ein teammate wir sind weg wir sind weg sowas von weg hä woher kam der denn jetzt die treppen oh hab ihn hab ihn nein der alt wurde auch gekillt er er liegt der andere baut ab es ist noch da das ist noch da er braucht sich zu Schüsselblöcke er hat gegründet und Klöcke und der Blöcke die haben oben der Treppe zu uns den Schichter für die Er nimmt Goldapfel und hat Feiert schon. Ich hab ihn nicht mehr gesehen. Jetzt kommen auch noch die Grün. So. Oh mein Gott. Soll ich wieder Eisenschwert kaufen? Da hat mir jemand wieder zwei Gold getroppt. Das ich eigentlich gar nicht brauche. Aber Plücke. Höh, hab ich das grad dupliziert? Ganz komisch. Höh, da ist Grün. Wird runtergekickt. Er braucht die dazu. Höh, die haben das zugebaut. Hä? Hä, sind die? Hä? Die hört ihr das gegen mich? Firecharged. Die hört ihr das gegen mich? Kommt jetzt hier runter? Kommt jetzt hier runter? Wahrscheinlich, ich komm hoch. Was ich auch machen werde. Soll ich den hier rein? Soll ich den hier rein? Der hat 8 HP. hier? Hallo? Oh, ich hab den mega Überraschungsangriff von oben gemacht. Da ist so ein... Da, Junge. Der ist noch nur auf mich gegangen. Was war das? Oh mein Gott, ey. Das wird jetzt wieder eine XXL-Folge. Jippie war ich noch mal spiel aus sich verkackert direkt die Stil ersten die ausliegen man muss sich die Gegner richtig angucken als die Nachbarn also im Tab wie die aussehen kann man schon gucken ob die gut oder schlecht sind er ist und die Team Gelb sind eventuell Freunde deswegen wird ich die nicht angreifen erst mal Team Blau sind wir Team Grün sieht etwas gefährlich aus und Team Rot macht so aus möchte gern also eine ziemlich gute Quote von 5 ja Junge was war das denn auch niemand hat sich zugebaut ja Junge hä noch mal ähm falls ich mich irgendwie laut anhöre das ist weil mein Mikrofon vor der Aufnahme nicht ging und ich deswegen was umstellen musste und jetzt hört man mich halt laut ich hoffe in den nächsten Tagen wird das besser habe ich gerade eben gesagt in der Runde dass Rot so auf Mächte gern macht die haben uns direkt gestürmt und in der Zeit konnte man nicht einfach da sich hin äh machen die haben bestimmt gefasst britscht aber es ist ein Megagast krass da ist einfach jemand Sigma glaube ich okay ich glaube ich greife blau an die sehen mir so aus als oder das sind halt ganz weit weg ja die sind noch ganz weit weg hoch rot 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 sind eigentlich fast immer die zwei Jahre krebs sind immer die die als erstes rausfliegen und ich bin der abdünste dumm dummer und ich bin natürlich und schlausten so kennt man es rot hat ihr Bett leicht eingebaut und hat kein Weg zu diesen Tiers gemacht Brot hat ihr Bett wahrscheinlich nur mit Wolle oder die haben da was bedeckt was wir nicht sehen sollen naja mhm ich glaub wir müssten Weg in die Mitte bauen ei 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 fette Kartoffel hö der bewegt sich nicht bei mir ist auch nix stehen geblieben wie schon mal minecraft aber bedwurst aber alles spinnt rum guckt euch gerne das Video an ich mach mich vielleicht tun feiert 3 dafür brachte ich bräuchte ich erstmals 40 1 genau 1 die dieses ein schmiedert das er droht die Hohen ab er natürlich nur wegen mir weil ich hier bin es ist ganz klar natürlich warum denn sonst warum denn sonst so 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 dann okay der Baut ist noch besser zu so so und Feuer der stirbt bestimmt am Feuer nicht mh mh oh Gott ich habe jemand im Team der die ganze Zeit Feuer Bälle äh spänt und so welche mag ich gar nicht obwohl wenn ich die im Team habe ist natürlich schön und gut alles aber als Gegner sind die nervigsten Gegner die es überhaupt gibt oder zum Beispiel auch die die einfach hacken nein Spaß ich glaube die hat nicht gehen aber ähm Leute die hacken die sind nicht nett so ich warte dann wieder auf 7 7 4 4 bitte bitte ich dachte ehrlich die Kloppen mit das Grün und rot ich glaube alles ab ich glaube alles ab wenn es gerade Junge die die ich würde 000 und ich würde das war es mit dem Video lasst einen like und Abo da machen wir